Sie sind in eine neue Wohnung gezogen und wollen eine Einweihungsparty feiern. Überlegen Sie gemeinsam, wann, wie viele Leute, Essen und Trinken, Nachbarn, wer macht was. Mögliche Lösung Teilnehmer A Sag mal, wir sind jetzt schon zwei Monate hier in der neuen Wohnung. Wollen wir nicht eine Einweihungsparty machen? Okay, aber vielleicht warten wir noch vier Wochen, dann können wir im Garten feiern. Warum unbedingt im Garten? Das macht mehr Spaß und wir müssen nicht so viel in der Wohnung putzen. Na gut, wen wollen wir denn einladen? Na, unsere Familien, Freunde, am besten auch die Nachbarn. Dann lernen wir sie kennen und die Party stört sie auch nicht. Sollen wir auch ein paar Kollegen einladen? Nein, sonst sind es zu viel. Es sind so schon fast 30. Gut, grillen wir? Na klar, wir besorgen Fleisch und Getränke. Salate können die Leute mitbringen. In Ordnung. Ich würde gern noch einen Kuchen backen. Ich mache meinen leckeren Apfelkuchen. Super! Ich lave! Untertitelung des ZDF, 2020